Einen Full-Records, volatilen, illiquiden, Knockout-Terminkontrakt, ohne Kapitalschutz, mit Verwaltungsgebühren, auf dem grauen Kapitalmarkt kaufen? Das klingt schon wie ein wirkliches No-Go an der Börse, wo man nicht spekulieren will. Ganz bestimmt ist eine gut vermietete, renovierte Erbpart-Zweizimmerwohnung in München viel sicherer. Oder vielleicht nicht? In der Tat haben beide Produkte viele Ähnlichkeiten. Um das zu zeigen, schauen wir uns zuerst genauer an, was das alles bedeutet. Full-Records bedeutet, dass man nicht nur mit dem eingesetzten Kapital haftet, sondern auch mit dem gesamten Vermögen. Das gilt auch für die kleine Wohnung in München. Volatil bedeutet, dass sich die Preise viel bewegen. Das gilt besonders in München, wo die Preise hoch sind, sehr stark gestiegen sind und trotzdem während der Krise im Jahr 2008 nicht geschont wurden. Illiquide bedeutet, dass man Zeit braucht, um einen Käufer zu finden, sodass man nicht in ein paar Sekunden per Mausklick die Position verkaufen kann. Ja, und die Wohnung in München ist zwar sehr begehrt, aber trotzdem völlig illiquide. Knockout bedeutet, dass der Wert der Geldanlage Null wird, sobald der Marktpreis unter ein bestimmtes Niveau fällt. Das erfolgt ganz natürlich, wenn man für die Wohnung einen Kredit aufnimmt. Ein Terminkontrakt bedeutet, dass die Anlage nach Ablauf einer bestimmten Frist endet. Das erhöht das Risiko deutlich, weil die Gefahr besteht, dass man dann am schlechtesten Zeitpunkt verkaufen muss. Und um genau dieses Risiko geht es bei einer Erbpacht. Am Ende des Erbpachtvertrags wird meistens eine Entschädigung fürs Gebäude vom Grundstückeigentümer bezahlt, die vom Marktpreis abhängig ist. Es handelt sich also auch um einen Terminkontrakt. Ohne Kapitalschutz bedeutet, dass keine Bank und kein Broker einen bestimmten Verkaufspreis am Ende der Laufzeit garantiert. Und genauso ist es auch bei der Immobilie. Mit Verwaltungsgebühren bedeutet, dass man jemanden zahlt, um sich um die Anlage zu kümmern. Im Fall der Wohnung ist das die Hausverwaltung und das Hausgeld. Der graue Kapitalmarkt bedeutet, dass man das Produkt nicht über eine regulierte Börse kauft, sondern dass man auf solch eine Kontrolle verzichtet. Zwar überprüft der Notar die Richtigkeit der Eintragung ins Grundbuch, aber das reicht nicht aus. Zum Beispiel wird dadurch nicht sichergestellt, dass es keinen Mangel am Objekt gibt. Gut vermietet bedeutet, dass es sich ja um ein Anlageobjekt handelt und dass man es nicht selbst bewohnen kann. Genauso wie bei der Börsenspekulation. Renoviert ist hier die einzige positive Eigenschaft. Die Instandhaltung hängt auch von diesem vermeintlich guten Mittag ab. Am Ende der Erbpacht bringt es sowieso nichts, dass die Wohnung heute so gut und schön renoviert ist. Die vermeintlich sichere kleine Wohnung in München hat also viele Ähnlichkeiten mit einem Hebelprodukt, was für hochriskante Spekulation gedacht ist. Manche Investoren überschätzen ihre Risikobereitschaft, wenn es um Immobilien geht, obwohl sie ein ähnliches Risiko an der Börse nie eingehen würden. Danke.